Servus, Salve Aduti. Die Überschrift im Thumbnail ist Chill-Modus und ich hätte auch reinschreiben können Arbeitsverweigerung. Also, das ist hier der Tagesschart im DAX und ihr seht, wir sind nach wie vor in dieser Range. Diese Range, die ist von 14.149 zu 14.571. Da ist es mal drin, da gehen wir auch nicht raus. Also, ich sehe momentan nicht wo. Die untere Seite hält als Unterstützer auch die 20-Tage-Linie. Die wird morgen ein bisschen höher sein. Die ist jetzt bei 14.146. Ich sehe hier momentan nur, dass die Bänder zusammengehen. Volatilität kommt weiter runter. Umsätze sind verschwindend gering, sagen wir es mal so. Aber jetzt kommt die Technik nochmal hinzu. Wir haben schon seit Längerem, seit Beginn dieser Seitwärtsphase, haben wir ein kleines Verkaufssignal über das MACD und jetzt kommt die traditionelle Sichtweise auch noch hinzu. Ist negativ. Wir haben ganz klar ein lange vorbereitet. Und nicht zu beachten, das Verkaufssignal, das ist doch hastig. So, jetzt mal ganz kurz was erklärt, das ist doch hastig. Ich nenne das auch Position and Range Indikator. Als Lane es erfunden hat, hat er von den letzten 10 Tagen, das ist diese 10 hier, die ich bei mir hier nehme, nimmt er den höchsten Höchstkurs, setzt ihn gleich mit 100 und den tiefsten Tiefkurs und setzt ihn gleich mit 0. So, das ist der tiefste Tiefkurs hier und das ist der höchste Höchstkurs. Also ist das hier die 100 und das hier ist die 0. Jetzt fällt der, das ist der 10. Tag, der fällt aber morgen weg. Das heißt, da ist der tiefste Tiefkurs der hier. Und der ist, jetzt muss ich gerade mal schauen, bei 14.300. Geht also 150 Punkte höher. Dadurch ist also diese 14.300 dann die 0 und oben bleibt das die 14.000, was war das, 570 oder sowas. Das Problem dabei ist, in dieser Zeit baut sich dann der Indikator weiter ab, weil der geht ja näher gegen 0. 0 ist jetzt die 14.300. Und die Sache ist die, dass wir machen das alles in der Seitwärtsphase. Wir bauen diese komplette Range oder diesen kompletten Anstieg bauen wir ab durch eine Seitwärtsphase. Flagge, Bullenflagge, das ist nichts anderes als eine Bullenflagge. Und dadurch wird der Morgen schon wieder ziemlich tief sein, obwohl der Markt sich fast gar nicht bewegt. Wir haben heute 130 Punkte. Das ist noch nicht mal ein Prozent. Er bewegt sich kaum. Trotzdem gilt dann die Technik als, ja, gemäßigt wieder. Also nicht mehr überkauft und noch lange nicht überverkauft, ist dann ein völlig neutraler Bereich. Ich finde, das ist dieser Chill-Modus und das Zusammengehen der Bänder, das kann auch ein paar Tage gehen, auch durchaus bis in den Dezember rein. Aber der bereitet was vor, einen Ausbruch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf den 4 Stunden, ob da irgendwas zu sehen ist. Da fällt mir also lediglich auf, dass die Bänder auch hier super eng sind. Hier, 14.309 zu 14.579. Also so enge Bänder sieht man selten, auch im 4-Stunden-Bereich. Ganz, ganz selten. Auch hier, komplette Seitwärtsphase. Kein bisschen Korrektiv aufgrund dieser Bewegung hier. Null, nichts. Hier gehen wir schon ein bisschen hoch, hier sind wir neutral. Also hier sieht es für mich auf 4-Stunden-Sicht eher leicht gebessert aus. Jetzt gehe ich nochmal runter auf die Stunde, da habe ich nämlich auch noch was gesehen. Hier, diese Bänder, das ist echt verrückt. Das sind gerade mal 60 Punkte, wie sie auseinander sind. Das ist sehr, sehr wenig. Also auch für Bänder. Und hier dreht es hoch, da dreht es hoch, hier dreht es ganz leicht hoch. Also ich muss davon ausgehen, auch wenn nach wie vor sich anscheinend viele Leute wünschen, der Markt muss runterkommen, muss er nicht. Für mich ist eigentlich ein ganz gutes Kaufsignal, also ein sehr gutes Kaufsignal, wenn wir hier drüber gehen, aber da haben wir noch ein bisschen Platz zu. Also über die 14.600, aber ich finde, das ist hier im Moment, da möchte ich eher long als short sein. Ich glaube nicht, dass der weiter runterkommt. Ich habe bei mir im Chat so ein Weihnachtsspiel gemacht, diesmal ohne Preise. Und da ist der Schnitt der Schätzungen basierend auf dem Kurs vom, was ist denn das, der 23.12. ist bei 13.700. Das ist so das Gros der Leute, was sie erwarten. Zeigt mir auch wieder, ist nicht besonders positiv. Und der Markt macht meistens das, was die Leute nicht wollen. Also vor dem Hintergrund glaube ich eher, wir nutzen das Thema aus. Meine Meinung ändern muss ich erst unter 14.135. Moment, 14.128. Da muss ich meine Meinung ändern. Aber Moment, glaube ich, hat er durchaus mehr Chancen als Risiko, eben weil er nicht runterkommt. Ich habe heute eins gemacht, das gehe ich mal hier auf den Tag zurück. Ich hoffe, das habe ich speichern können. Ich zum Beispiel, ich finde Daimler recht gut. Das gefällt mir. Wir haben von dieser letzten Bewegung hier vom 11.10. jetzt bis hoch fast 66, haben wir ziemlich genau das 38er aufgesetzt. Mit zwei schnellen Tagen und das haben wir alle schon wieder zurückerobert. Das heißt, wenn die Daimler hier gehen über die 65,80, dann habe ich also mindestens eine 70 eher, eher noch ein bisschen höher, so da hier in diesem Bereich mit 73 als Widerstand. So was gefällt mir. Also ich bin auch wieder mehr in Einzelwerten drin. Deutsche Bank finde ich ganz okay. Aber zurück zum DAX. Wo ist er? Ich meine, der hat kurzfristig mehr Chance als Risiko. Das wird sich deswegen nicht wundern. Das wird sich deutlich abbauen hier. Und ich habe folgende Scheine mitgebracht. Einmal 13.627. Da sind wir hier, da drinne, ist im Moment ein 19er Hebel und das ist die GZ3261. Den habe ich auch schon eine ganze Zeit lang drinne, eben weil die eine Seitwärtsphase ist, da muss ich gar nichts verändern. Und als Putt habe ich die 14.991 Hebel 23, ist die GK0R1V. 14.991, das ist hier am oberen Band. Ich befürchte allerdings, dass sich der Hebel erhöhen wird, weil ich wirklich glaube, dass wir diesen Chill-Modus ausnutzen und dann von hier auch mal wieder ein bisschen da hochspringen. Und wenn wir über die 14.600 gehen, ja, dann haben wir hier 14.800 und dann 15.000 als Widerstände. Ich muss fast davon ausgehen, dass wir das machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und ferte Beute. Bye, bye.